so hallo zum neuen video heute von der molly bahn hier der salonwagen und der ja gepäckfahrtwagen von bad dobaran für die fahrt bis weiß nicht schreibt mir das mal in die kommentare und setzt sie dort ist wenn fall davon jetzt am hirschwung durch mit der molly bahn los geht's eine sehr schöne fahrt muss ich sagen freut mich sehr ja hab das eine t-sat aufgeklebt also aufgemalt körper in die kommentare das gut ist oder nicht auf jeden fall felds mir so jetzt hatte ich den zug auch mal an übrigens war 18 aber wenn man hier seht 0 9 9 2 3 3 3 8 und hier ist der wagen habe ich mit dieser top geklebt und auf der anderen seite auch tja ansonsten war es das für heute ich hoffe es hat euch gefallen im video seit lang ich hoffe ich kann mehr videos produzieren ich habe jetzt auf ferien letzte woche hatte ich praktikum ja wenn es euch gefallen hat gibt mir einen daumen hoch schreibt sie in die kommentare dann sehen wir uns bald wieder tschü tschü